Ich mag die. Ansonsten spiele ich halt alleine weiter. Ganz einfach. Diesmal dein Chat. Warum läuft sie, anstatt mal Sneaky zu spielen? Haha, ich mag den Keller. Der Killer hätte ich sein können. Wie kannst du nur mit der Frisur spielen? Irgendwie so ein Mh. Und dann diesmal dein Chat. Okay, habe ich getan. Und jetzt? Weiter oben. Aha. Scherzkeks. Hast den Platz frei. Ganz weit oben, ja. Ich seh's gerade. Nächste Runde. Kannst ja schon mal auf den Discord kommen. Wow. Ciao. Ciao, Bella. Ne, Bello in dem Fall. Bello, Bella, Ballerina. Keine Ahnung, wie er mich, wie der mich da jetzt eben sehen konnte. Sehr kurios auf jeden Fall. Na ja, gut. Ja, so manchmal sind die Hits, die man bei Billy verteilt oder bekommt, schon ein bisschen komisch. Das stimmt schon. Gib ich dir recht. Hier und da, bisschen komisch. Oh, wow. Oh, wow. Erstmal rauf, okay. springen runter. Spring den unten runter. Und geht hinten weg, alles klar. Tot ins mir. Hatte mal einen, der machte ne 90 Grad Drehung hin. Oh, wow. Ähm, ja, das, beim Ausschwingen trifft der Billy mittlerweile auch ganz gut. Nope. Nope. Scheibe. Ja. Wof- twelve. Scheibe. Alle. Tid. Göttin. Hoa. ь, ہileen. Ich hab. Hnh. 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 Chopin. Hnh. Ach, da ist sie. Oha. Oha. Kurioser Trevor. Hi. Du warst gar nicht drüber, natürlich war ich drüber. Und hi Ryu, willkommen auf dir einen schönen Sapsack. Ja und jetzt? Mal gucken, werde ich abgekämmt oder nicht? Mal gucken. Aber dass sie in der Zeit nur einen Jet gemacht haben, ist schon echt kurios. Du wirst gekämmt, meinste? Ja, schauen wir mal. Sieht n bisschen da noch aus, ja. Hahaha. Jo, facecam. Hahaha. Ja, läuft bei ihr. Hahaha. Okay. Okay. Ne, sie ist aber weg. Ne, sie ist aber weg. Heut noch. Dankeschön. Ich bin jetzt einer, der auf die Idee kommt, mich zu halten. Was? Die hat doch nur eine gekriegt. Die hat doch nur eine Palette ins Gesicht gekriegt. Ich weiß gar nicht, was du willst. Hahaha. Hahaha. Okay. Das ist ja, das ist ja. sie geht halt in den schrank das war schon zu viel geht doch alles gut alles im grünen bereich die bubble geht man manchmal so oft keks aber nur fast baby nur fast die bubble ist echt nervig ich interessiere sie mal null guck dich das an schade haken haken nein wow was nicht ha 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 Ah, ihr Lieber ist... Ah, geil. Ganz ehrlich, ich kann mittlerweile sagen, ich hasse mich als Survivor. Ach ja. Erstmal eure Beine. Der Mann, der erstmal Tor aufläuft, der hängt da irgendwo, die hängt da hinten irgendwo. Die ist ne Anfänger, ja, definitiv. Oh, nice. Thank you! Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020